Herzlich Willkommen zu Most Wanted Music, der Musikfachkonferenz der Berlin Music Commission. Mein Eindruck ist tatsächlich, dass die Leute verstehen, dass der Besuch solcher Veranstaltungen tatsächlich ganz wichtig ist. Eine großartige Veranstaltung, bei der ich einfach spannende Geschichten hören kann und mich mit Leuten austauschen kann, über ihre Sicht der Dinge im Musikbusiness. Sehr zufrieden bisher, sehr beinfühlt. Wir haben im Prinzip jetzt eine Logistik aufgebaut, einen Service, eine Dienstleistung, die es ermöglicht, relativ einfach und niedrigschwellig einzusteigen in die aktive Hilfe für Refugees. Viele neue Erkenntnisse, tolle Panels. Allein diese 10-Minuten-Talks sind einfach fantastisch. Sehr viele relevante Berliner Musikbranchen, die heute hier sind. Es ist eine richtig gute Location. Nach vielen Todsagungen in der Branche wird es Zeit für ein neues Selbstbewusstsein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.